Hey, das ist Janis und willkommen zu meiner Journey für meinen allerersten Backflip auf dem Motocross-Bike. Okay, ob ich da irgendwie noch keinen richtigen Plan habe, wie ich das Ganze angehen soll, vor allem ohne Airbag oder Foambeat, wo man es auch ein bisschen locker trainieren könnte, habe ich mir einfach eine Strategie überlegt. Und zwar, dass ich als allererstes einfach einen Wallflip mache von der Rampe, dass man so ein bisschen reinkriegt die Bewegung. Dann als zweiten Step mit dem Radl am Backflip. Ich bin schon ewig nicht mehr auf dem Radl gesessen, also das wird echt, glaube ich, ziemlich spannend, wie das wird. Ich hoffe, dass es funktioniert einfach so, wie man es sich vorstellt. Und als allerletzten Step dann einfach noch mit der Cross. Ich hoffe auch, dass es funktioniert. Der Plan klingt für mich eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Ich würde sagen, let's go! Okay, jetzt probiere ich einfach mit dem Wallflip. Sollte eigentlich ganz easy gehen. Und ja, starten wir einfach los. Okay, also der Wallflip zieht es einmal weiter zum Radln. Ja? Ja, ja, ja. Alter! Okay. Okay. Ich ziehe ihn jetzt durch. Ich ziehe ihn jetzt durch. Das Handy. Jawohl. Okay. Jawohl! Okay. Oh, schon. Aufneuer noch. Alter geil! Alter! Da war der, gell? Trinkfosse und noch einen kleinen, oder? Das Reille weg. Wir haben gerade aufgehoben, wo die hinkommen. Boah! Wohoo! Okay. Okay. Der ist offen. Der ist offen. Jaaah! 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 Jetzt müssen wir echt ein bisschen Eier flottern, bei den Hetzern geht es zum Motocross-Sprung und jetzt wird der Backflip mit dem Motocross gleichgezündet. So wie es jetzt ausschaut, wenn man nochmal einen Baum drunter legt, weil es einfach viel zu flach ist und ich einfach absolut kann den Backflip zu unterdrehen. Okay, okay, weiter! Okay, get! Get! Okay, get! 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 Geht's? Geht schon. Was war der jetzt? Was war du jetzt? Alter, keine Ahnung. Okay. Das ist so schräg weg. Kennen wir noch das hin? Ah! Das ist weg zum Frauen. Ja! Jawoll! Ja voll, Alter! Alter, Scheiße, wie geil! Alter, ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Noch eher ein bisschen überdrein. Ja, Alter, wie geil war der jetzt! Alter, wie geil war! Alter! Boah, Scheiße! Geil, Alter! Boah, endlich! Geil! Boah! 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 Alter, los hier! Los hier! Nein, Alter! Jawoll! Alter, so geil! Boah! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll! Einfach da wechseln! Das ist jeden Tag zerreißt ja so! Ach so, na na! Ja, wohl eigentlich so! Boah! 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 Sauber! Boah! Boah! Boah!